Was ist das, was man von Beinen kennenzulernen kann? Es ist eine persönliche Meinung, man muss sich von Beinen kennenlernen. Der Mensch, der Künstler, wie er tickt, wie er denkt, wie er sich gibt, war für mich eine sehr tolle Erfahrung. Das war ein grosser Wurf, als ich zum ersten Mal seine Entwürfe gesehen habe. Irgendwo habe ich gesagt, genau das ist es. Es hat natürlich sehr viel Mehrwert, den wir in der Chur Bevölkerung erreichen werden. Das Urbane, das Selbstverständnis, das Lebensgefühl, auch das Selbstvertrauen. Wir können etwas und wir sind jemand. Es ist wirklich eine Meilenstreife in der Chur und wir können es jetzt realisieren. Wöhn, Wöhn 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 Wöhn